Die Geräte, die Finals an den sechs Geräten stehen auf dem Programm und es beginnt mit dem Mann, der diesem Kunstturnjahr 94 seinen Stempel aufgedrückt hat, mit dem amtierenden Mehrkampf-Weltmeister, Mannschafts-Europameister und Europameister auch im Queer-Sechskampf mit Ivan Ivankov aus Minsk in Weißrussland, der an sechs Geräte-Finals dabei ist. Applaus 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 ganz wenig Training